Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben und wie ich das so sehe ist jetzt dieser Rand hier dran. Jetzt hier einmal das Lineal. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben. Jetzt halt den Gegenschnitt. Dabei müsste der hier schon frei werden. Und der müsste auch frei werden. Damit kann ich an die nächste Lange Gerade gehen. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben. So, damit wäre der Gegenschnitt dran. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben. Und ich kann eine weitere Linie angehen. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben. Und auch die müssen wir in Gegenschnitt bekommen. Und damit eine weitere Linie. Ich mache weiter mit dem Ausschneiden der Scheiben. In den Modellbahnzeitschriften steht in dem Zusammenhang manchmal etwas vom stundenlangen Bastelspaß. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt hier gerade unbedingt Spaß macht. Aber zumindest kann ich das Gehirn dabei voll abschalten. Obwohl man das mit einem Skalpell in der Hand wahrscheinlich besser nicht tun sollte. So, Gegenschnitt. Und dann geht's mal mit mir. Der sitzt auch noch fest und ich muss die nächste Linie angehen. Die Linie angehen. Und wie üblich der Gegenschnitt. Damit wäre ich an dieser Linie angelangt. Und wie ist die Linie angehen. 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 Mit dem komme ich jetzt hier schon auf richtige Werte. Und wie ist die Linie angehen. 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 Und dann... Im Gegenschnitt müsste ich schon einiges abernten können. Sobald sie schnell machen und das die Öl ist einiges. Läder Edelung. Sobald sie zum Routen ripe.